Hallo, schönen guten Tag, wir sind mit Manni. Manni war zusammen mit Menta und Regali im selben Platz. Wir haben ihm später geredet. Er ist total lieb und menschenbezogen, auch sehr gut mit anderen Hunden. Er ist in Pflegestelle mit anderen Hunden und hier aus ist er heute gekommen, alle Hunde super. Er ist drei Jahre alt, ungefähr geschätzt, aber fit der Hunde, bisschen schlank noch dünn, aber er wird besser essen und wird total fit in ein paar Tagen, kein Problem. Ich sehe, sehr klein, sehr kürze Weile.